So, hallo und willkommen zu einem neuen Folge von Minecraft Apollo hier auf meinem Kanal, ähm, auf meinen Kanal hier, auf meinen YouTube-Kanal hier. Und genau, äh, wer soll nicht weiß, hier Franz Design, johans330.shop hier, äh, wer soll nicht weiß, äh, Franz Design gibt es jetzt neu, ähm, hier, ähm, mit, äh, guten alten Federmäppchen hier, richtig cool für die Schule. Und, äh, so eine Tasse hier, mit richtig coolen Akzenten, wie schon gesagt, und hier Hodies und T-Shirts auch noch. Es gibt auch noch Rucksäcke und alles Mögliche hier. Und, äh, genau, heute habe ich mich gedacht hier, ähm, falls ihr das schon am Anfang langweilig findet oder so, ähm, ich habe hier mal, äh, eine, die Skizze des, äh, Franzel Logos, die man es links sieht, warte, wie man es hier sieht, die Franzel Logos im Hintergrund, äh, hab ich die Skizze einfach geholt, weil, äh, die, die, ähm, Zeichnung an sich hat, Janine Croft macht, also, große Schaulort hier an Janine Croft, ähm, könnt ihr auch auf Twitter folgen, wenn ihr wollt. Und, ähm, Dings, äh, das Zellen ist auch richtig cool geworden, vor allem die Skizze, das sieht auch gar nicht aus wie, äh, wie es zu sein. Und, ja, genau, hier, hier ist die Skizze. Ich meine, es geht, ähm, ja, der Charakter sieht einfach komplett anders aus, als eigentlich, äh, Dings hier, als hier gezeichnet. Skizze aber auch, keine Ahnung, ich habe immer hier einen Kreis gemacht mit der Welt und, äh, ja, ähm, hier so ein kleiner Österreicher, das erkennt man auch fast gar nicht. Ich weiß nicht, wie Janine Croft eigentlich, äh, hier das irgendwie, ähm, hingebracht hat, aber es sieht aber mega mäßig geil aus. Äh, ich probte genau aus an Janine Croft. Vor allem, ich habe hier auch ganz schnell hier gezeichnet, ein paar Alpen, hier das Flugzeug. Aber, ähm, ich habe ihr halt erklärt, ja, ähm, hier so ein Schnitzerseil drauf sein, also so ein Pockjob. Und, äh, ja, das Flugzeug ist halt über so eine Welt fliegen und das Wasser sieht einfach mega cool aus. Ich weiß nicht, wie die das gemacht hat. Es ist echt, äh, äh, ein Talent hier. Und, ähm, ja, ich finde das, die Skizze war richtig cool. Äh, auf jeden Fall sieht die Haare halt nicht mal. Aber, ja, und, ähm, so, genau. Heute wollte ich eigentlich hier, ähm, genau, ich bin by the way hier auf meinem, äh, Tower hier. Wer es noch nicht gesehen hat. Vorige, äh, Folge habe ich hier den Tower gezeigt. Es war neulich ganz fertig. Und warum habe ich ganz jetzt so, äh, äh, unter mir? Hallo? Oh, aua, nein, böse. Au, okay. Äh, das war der. Oh, da fand ich noch einer. Äh, solche komischen Viecher. Ich weiß nicht. Au, nein, böse, böse, äh, Goblin, glaube ich, heißt der, Goblins? Stimmt, jetzt haben wir die, jetzt haben wir die Windrohnen, äh, äh, die Windrohnen. Jetzt haben wir die Windrohnen, gell, jetzt können wir, ähm, eigentlich können wir jetzt, ähm, den Stab benutzen. Den Windstab, denke ich. Äh, hoffentlich. Wenn das wirklich jetzt funktionieren würde, dann wäre es echt cool. Weil wir in der vorigen Folge auch so einen Goblin, äh, gekillt hier. Ähm, da haben wir nämlich zwei Runden bekommen. Da haben wir jetzt den getraftet. Und jetzt frage ich mich, ob man eigentlich hier, ähm, Dings. Ob man eigentlich hier den jetzt benutzen kann. Äh, Windstuff. Kann ich jetzt benutzen? Oh, das geht wirklich. Ah, lol. Mit einmal schießen verwendet man eine Runen. Warte mal. Hä, geht das nicht mehr? Ach so. Drei, wo, ach so, wir brauchen drei Windrohnen zum einmal schießen. Okay, das habe ich nicht gewusst. Okay. Das weißen wir, äh, das wissen wir zumindest. Ähm, so, jetzt gebe ich das noch da unten rein. Ich glaube, ich gebe die Munition hier einfach gleich nach oben. So. Und, äh, ja. Alright, genau. Heute wollten wir nämlich eigentlich hier, ähm, Dings. So, ähm, genau. Ihr habt in den Kommentaren geschrieben. Ähm, ja. Oh, hallo. Äh, ich denke, er ist wieder gekommen. Ah, hier ist er. Ah, äh, ähm, hi. Ja, untertan. Ja, was ist denn, äh, Herr Zeiss, Herr Zeiss, Frau Zeiss. Nee, vielleicht nicht. Ich will 15 Chicken Nuggets, äh, ja, Chicken Nuggets, äh, Chicken Nuggets, äh, Chicken Nuggets. Okay, Chicken Nuggets, glaube ich, denke ich. Äh, sonst habe ich, okay. Ich habe Hunger, okay. Äh, Chicken Nuggets, Chicken Nuggets, Leute. Äh, Chicken Nuggets. Ähm, ich habe Hühner, Hühner, Hühner. Was, 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 was schon, Goblin ist oder so? Äh, Chicken Nuggets, Chicken Nuggets, Chicken Nuggets. Chicken Nuggets. Was bist du? Oh, okay, Leder. Oh, la, ist der Topster gebaut. Eine Riesen, eine Burg oder was der baut? Riesen Schwein. Okay, das ist ja kein Chicken Nuggets. Oh, bist du böse? Au, nein, böse, böse. Oh, böse. Äh, hier sind Dings, noch Kühe. Chicken Nuggets, wo sind Chicken Nuggets? Chicken Nuggets. Chicken Nuggets. Äh, hier sind Chicken Nuggets. Oh, 1. Okay, wir haben 1 Chicken McNuggets. Ich hatte es auch eine Quest, die töte 15 Hühner. Äh, kann man was das hier, ist irgendwie eine Lava-Quelle. Wo ist Chicken Nuggets? Chicken Nuggets, Chicken Nuggets. Hier sind Sumpf, aber der Sumpf sieht eigentlich relativ eklig aus. Das ist auch noch, äh, äh, McChicken the Reel. Ich habe jetzt, glaube ich, 3 getötet. 3 Dings habe ich bekommen. Ähm, genau, so. Ist hier, sind hier noch irgendwo Dings? Oder hier sind Lotterman. Laudity, Lotterman. Ich glaube, da kann man auch, ich glaube, der Lotterman ist eigentlich nicht wirklich ein Lotterman. Das ist einfach nur, oder hier sind richtig viele, gell? Ähm, der bringt auch noch Gembags und sowas. Das heißt, wir brauchen noch 7 Goldkons. Ich weiß nicht, ob ich die umkropfen kann. Aber der ist auch so ein Seed-Dings. Ähm, was ist das? Assassin, Tawny Paddles, Slice Star. Keine Ahnung, was das ist? Hier, ähm, Limonad Bullet. Hier ist auch wieder so ein Dings. Und was ist das? Fragmented Animal Stone. Okay. Könnte ich mir eigentlich kaufen. Was auch immer die machen hier. Äh, genau. Dann gehe ich jetzt nochmal hier irgendwo herum. Ich hoffe, ich finde die Hühnchen bald. Ich habe 3 Hühnchen. Ähm, genau. Äh, was wollte ich jetzt sagen? Genau, äh, vor zwei Folgen ist ja hier nämlich auch so ein Dings. So ein, ähm, Hühnchen. Nicht Hühnchen. Ich kann auch nicht, wie das heißt. So eine Art, äh, Dings, schneller. Ja, 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 ja. Ich suche schon. Alles gut. Ähm, so ein, so ein, äh, Monster gewesen. Aber habe ich das irgendwie auch retten müssen? Hier sind noch Apfelbäume noch. Äh, ich weiß nicht, warum ist der Dings eigentlich vegan? Apropos vegan, ich könnte eigentlich vegan ernähren. Ich weiß nicht, was, was bringen würde, wenn ich irgendwie vegan ernähren würde. Man weiß nicht, wie viel mehr, viel umweltfreundlicher hier. Ähm, so, ähm, gibt es irgendwo Hühner? Äh, ich glaube, ich habe hier Auto-Jumper-Dino noch an. Das ist böse. Ähm, ich glaube, ich renne eher in Sumpf. Ich weiß nicht, ob wir in Sumpf Hühner sind. Was sind denn die Hühner? Ähm, 15 Nuckets sind eigentlich relativ schwer, sie zu bekommen. Ähm, Hunger, ja, 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 alles gut, alles gut, alles gut. Ähm, so, Hühner, 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 Hühner. Ähm, Hühner, Hühner, Hühner. Ähm, so, äh, hier, was bist du? Hallo. Oh, äh, das wollte ich nicht. Äh, ich glaube, das war wieder so ein Blog von letzter Folge oder so. Ich habe geschrieben, ich habe keine Ahnung, wie man das zähmt. So, Hohen, ähm, Hohi, die Hohen, Hohen. Äh, hier ist irgendwo noch ein Hohen. Kann ich dich eigentlich töten? Was bist du? Oh, was ist du? Okay, Dings hier. Äh, Borean. Okay, auch nicht so ein Händler. Was macht es, wenn ich dich kill? Okay, gar nichts, gell, oder? Wie ist das so ein Blog? Dann kann ich das zähmen? Weiß nicht, wie man das zähmen kann. So ein Blocki, oder wie ihr gesagt habt. Kann man, wenn man das zähmt. Könnt ihr auch in den Kommentaren schreiben. Äh, wie man das zähmt. Aber wo ist hier jetzt, ähm, hier ist noch ein Hohen. Das heißt, ich habe jetzt insgesamt sechs Dings. Fünf, fünf Hühner. Äh, hier ist wieder so ein Dings. Das heißt, ich habe fünf, oh, Leute, hier ist eine richtig große Schlucht. Äh, fünf Chicken Nuggets. Also so ein Nuggets hier. Äh, hier sind auch so ein Dings. Aber ich weiß nicht, wie man das zähmt. Ähm, Nuggets, Nuggets, Nuggets. Das ist richtig hart hier so, äh, zu, äh, Nuggets zu finden. Wo sind die hier? Aber hier sind noch richtig viele Dings hier. Ich weiß nicht, ich glaube, ich kann auch mal erkunden gehen, wenn ihr wollt. Umdenkend einfach in den Kommentaren schreiben und ein Like da lassen. Also ich sehe hier, dass ihr wollt, dass ich erkunden gehe. Ich füge es wieder mit Dark Oakwood an. Aber hier gibt es halt echt nirgendwo Hühner. Das gibt es ja nicht. Ich kann hier irgendwie am Baum hoch. Ähm, und irgendwie, ähm... Ich verhungere das Tauter. Ja, 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 alles gut, alles gut. Äh, 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 Hühner, Hühner, Hühner. Okay, ich gehe jetzt nur auf Hühner. Ähm, das Ding ist, ich sehe keine Hühner. Hallo, Hohn, Hohn, Hohn. Komm, es ist ein Hohn. Zwei Hühner, zwei Hühner, zwei Hühner. Nice, 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 nice. Hohn, 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 komm her, komm her. So. Nice, bin irgendwie level-upped hier. Nice, nächstes Hohn. Ja, jetzt geht, jetzt geht's voran. Nice. Nice, äh, und so. Okay, ich habe neun Hühner hier. Äh, so nice. Neun Hühner, Redino. Ähm, okay, es werden bereits eigentlich gar nichts. Und vor allem ist ein Liedern und Baum. Was auch immer der Liedern und Baum hier macht. Äh, so. So. Ähm, alright. Was ist das hier? Ein Villager, Dings? Was bist du? Äh, hallo? Bist du... Okay, das ist definitiv hier. Irgendein Villager, Dings, hallo? Hier sind Chests. Leute, hier sind richtig viele Chests, hä? Äh, hä? Richtig viele Chests. Und mit richtig vielen Sachen drin, hä? Aber wo sind denn Monster, hallo? Äh, hallo? Sind hier Monster? Spawn in den Monster? Oh, das ist ne Trap-Chests. Warte mal, jetzt muss ich schauen, wegen Redstone. Lol, holy water, was ist das? Was ist hier für ein guter Loot drinnen? Äh, was ist das hier? Diamonds? Was ist hier für ein guter Loot drinnen, bitte? Das gibt's hier nicht. Oh, lol. Was ist das? Ne Fackel? Was ist das? Das gibt's nicht. Das gibt's ja nicht. Wir sind... Hä? Also, ob das für mich gehört? Diamanten? Ja, natürlich, ich würd's ja hier nehmen, irgendwie. Äh, natürlich. Ähm, ja, Brot. Alter, was ist das bitte hier? Diamanten? Ich glaub, ich nehm jetzt mal nicht so viel. Äh, ich glaub, das kann auch irgendwie ein Villager oder so. Aber die Diamanten nehm ich mindestens mal. Ja, ich nehm alles mit easy-weeasy. Äh, wird schon passend ins. Holy water, das ist gut. Das ist richtig gut, eigentlich. Vielleicht kann ich das irgendwas eintauschen hier. Ähm, so. Ich hoffe, dass ihr irgendwie noch mein Items einsammelt. Thank God. Oh, hier sind so irgendwelche Viecher. Aber was sind hier für's Items drinnen? Ich hab Angst, dass jetzt irgendwas passiert. Herfling Elixier removes Curses when consumed. Fire Specs 2, das ist gut. Weiß nicht, was ist alles drinnen? Was ist alles ist? Äh, Golden Apples ist gut, denke ich. Scroll, scroll, scroll. Was ist das für ein Scroll? Wow! Oh, jetzt hat ein, äh, es hat ein Explosions, äh, äh, Noxio to the ground. Was? Okay. Ich glaub, ich muss das länger hier machen. Ich zieh mich wieder. Oh! We discovered Disintegration. Okay. Ich schätze, das nächste muss ich nehmen. Sir. Was war das? Oh, lol, ist er... Hä, ist es grad einfach verschwunden? Okay. Äh, was ist das? Äh, Discrimination. Okay, hab ich schon. Äh, sind es alles Discrimination? Das ist... Äh, okay, das ist glaub ich alles Dis-Incrimination, äh, Dings. Hunger, ja, ich weiß es, okay. Äh, ich muss jetzt schon mal machen, alles mit dem, äh, Rune. Genau was, was ich mit der Rune mach. Äh, Discrimination ist gut, so. Äh, das bräuchte ich da. Äh, Discrimination noch mitnehmen. Äh, Elixier auch. Der Rest ist eigentlich, glaub ich, unnötig. Was ist hier drinnen? Äh, ich kann auch was da alles ist. Ich nehm's ja auch alles mit hier. Äh, so, bam, ähm, ich kann auch was. Äh, Icy Crystal, äh, Smoke Bomb. Äh, schaut mal alles, glaub ich, zuhause an. Name Tag. Nehme die Name Tag. Äh, da, so, irgendwie so. Ich kann auch, das ist richtig guter Stuff. Äh, was schmeiß ich weg? Was schmeiß ich weg? Was schmeiß ich weg? Ich glaub, die Ketten-Dings, denk ich. Äh, hier so einen goldenen Apfel. Ich glaub, das ist ein supergoldener Apfel, stimmt. Äh, was schmeiß ich weg? Was schmeiß ich weg? Okay, jetzt ist die Frage. Was schmeiß ich weg? Ähm, ich schmeiß irgendwie das Eisen weg. Eisen braucht man nicht so unbedingt. Hier ist noch so ein Crystal, aber ich glaub, das bräuchte ich nicht. Hier noch Unbreaking irgendwas. Äh, wo geb ich das hin? Wo geb ich das hin? Wo geb ich das hin? Vielleicht lass doch auch da. Äh, Unbreaking braucht eh keiner. Äh, was hier, äh, hier sind wir unbekannt, das? Ah, unbekannte? Oh nein, you discovered, äh, der Spell Award. Okay, was auch immer Award ist. Was hab ich letztens irgendwas? Ward, was auch immer Award ist. Okay, Ward, nee, Ward. Ja, Award. Hier ist noch ne, äh, Pferderrüstung hier irgendwie. Äh, was schmeiß ich weg? Was schmeiß ich weg? Dings hier. Smokebombs sind noch ein paar, aber ich kann die, glaub ich, nicht mitnehmen. Wo ist ne andere Smokebombs? Oh, ich greif dir ein Vieh an. Oh. Okay, nice. Wollt ich grad nicht. Äh, Dings hier, was... Cave Room, was kann man hier machen? Nichts, glaub ich. Carved Rune of Travel. Wollt mal, kann man hier irgendwas machen? Weiß es nicht. Äh, so, Smokebombs. Wurde die Smokebombs. Äh, Scroll of Warb, nehm ich noch mit. Richtig viel eigentlich. Kann ich eigentlich gar nicht tragen alles hier. Und, äh, das war's eigentlich, glaub ich. Alter, was das für ein Dings ist. Das ist richtig cool eigentlich. Äh, so. Hier hab ich, glaub ich, alles mitgenommen. Die Frage ist nur, ob da oben noch irgendwas ist, ist die Frage. Aber der hat Hunger. Ich glaub nicht. Ich hoffe, der hungert nicht und kippt jetzt nicht irgendwie was komisch, äh, dummes. Oh, oh. Äh, so. Ist hier noch irgendwas? Da muss safe noch irgendwas sein, oder? Ist hier noch was? Ne, ich denke nicht, ne? Ne, ich denke nicht. Ich lass mal hier so da. Äh, aber wo ist hier der Hühner? Hühner, Hühner. Hab ich jetzt das Hühn? Ne, Hohne ist hier noch da. Okay, äh. Hohne, Hohne, Hohne. Ähm. Ähm, Hühner, was seid ihr? Äh, Hühner, 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 Hühner. Ich seh keine Hühner. Das gibt's ja nicht. Okay, wisst ihr was, Leute? Ich geh jetzt einfach wieder... Okay, hier sind noch, hier noch Hühner. Okay. Dann hab ich gesagt, ich mach was anderes runter. Äh, 10, 11, 12, 13 und, äh, 14, 15. Keine Ahnung, wo, äh, wo das sind. Äh, 14, 15. Oh, was ist das denn? Was ist denn das für eine Armee? Äh, hallo? Okay, die sind nicht freundlich. Äh, okay, okay, okay. Okay, schnell weg hier. Äh, schnell in den Birkenwald hier rein. Aber die Birkenwald sieht irgendwie nicht so cool aus, find ich. Ähm, so. Irgendwie, hoffentlich irgendwie schneller. Ja, ich weiß es. Okay, ich muss jetzt irgendwie ganz schnell nach Hause. Aber ich weiß nicht, wie ist die Frage. Äh, also, wie ist die Frage. Ähm. So, schnell hier rüber. Balanzieren. Oh. Okay, das wollte ich nicht, so. Okay, ich baue das lieber wieder ab. Nichts irgendwie umweltverschonend ist oder so. Äh, so. Ähm. Okay, äh, das wird schon irgendwie passen. Ähm. All right. Äh, so. Ich glaube, ich gehe jetzt wieder mal nach Hause. Und da sehen wir uns gleich, wenn ich wieder zu Hause bin. Ich bin jetzt hier wieder da. Äh, hab die 15 Nuggets hier geschmolzen. Ja, na, endlich. Ja, hab ich mir auch gedacht. Na, endlich. Äh, hallo. Ja, wurde auch mal Zeit. Ja, wo bist du denn hier? Äh. Eine Statue? Oder wo bist du? Plötzlich Dusche. Wo ist er denn? Wo bleibt mein Essen? Ja, wo bist du denn hier? Äh, ah, hier ist er. Okay, ja, hier sind er 15 Nuggets. Äh. Große Nuggets, ja. Ich hoffe, das passt jetzt. Äh, ja. Ähm. Oh. Ähm. Sehr gut. Okay. Äh. Was ist das? Okay. Current Spell. Empty Spell. Okay. Und Dings. Erkanne. Okay. Äh. Alles klar. Erkanne Werkbensch. Äh. Viel Spaß mit. Okay. Äh. Ja, viel Spaß auch dir mit den Chicken, äh, mit den Nuggets hier. Ähm. Okay. Akane Werkbensch. Was ist denn Akane Werkbensch? Äh. Akane, die Urani Werkbensch. Was ist das? Akane Werkbensch. Kann ich den Dings? Weil ich glaub, die hat mir alles gemeint, weil die Crystals kann man ja reinlegen. Kann man das auch? Oh. Was ist jetzt passiert? Äh. Akane Werkbensch. Ähm. Kann ich irgendwie. Oh. Was ist jetzt passiert? Der Current. War immer Telekinesis? Hat der einen Dings drauf? Warte mal. Ich glaub, so wechseln wir einen Dings. Oh ne, der war's drauf, gell? Was bringt das Spell? Telekinesis. Oder Telekinesis. Ich weiß nicht, was genau das nochmal heißt. Spell hat das. Magic Wand Spell. Me. Hallo? Ne. Es funktioniert. Oh, ich hab mich jetzt reingesetzt. Funktioniert nicht, oder? Hä? Ne. Ich kann auch, was das ist. Aber der nutzt sich ab. Ich mach's dann lieber nicht. Ich behalte mir trotzdem mal in den Eventar. Keine Ahnung, was der macht hier. Ihr könnt doch in den Kommentaren schreiben, was der irgendwie macht. Oder was irgendwie der Dings hier macht. Aber ja, laul. Aber das ist richtig cool. Lass doch mal den Like da für die Workbench hier. Für den Kraftentil. Und genau. Jetzt wollten wir noch machen. Genau, wir wollten nämlich noch was machen hier. Und genau. Jetzt schauen wir erstmal in den Quest Computer. Genau. Was hab ich da gerade gehabt? Begleiterkrieger. Aber noch nicht. Krieger. Kills 25 Thomas. Genau. Bauer hab ich. Das heißt, 15 Dings habe ich hier gleich Detect. 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 Töte 15 Höhner. Hallo. Ich brauch noch einen Schicken. Okay. Ich brauch noch einen Huhn hier. Äh. Au. Ha. Hallo. Äh. Hallo. Äh. Nein. Nicht scheußern. Alles gut. Alles gut. Hallo. Äh. Hallo. Hallo. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Okay. Ähm. So. Alles gut. Okay. Ähm. Ähm. Wo kommst du her? Bist du ausgelaufen? Nein. Komm. Komm. Komm her. Warte. Hier ist ein Brot. Nein. Nein. Bleib still. Nein. Alles gut. Alles gut. Nein. Nein. Alles gut. Hier. Hier ist ein Brot. Komm. Willst du kein Brot? Was willst du denn sonst? Nein. 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 Nicht in der Mine. Nein. Warte mal. Ich muss die Mine zubauen. Nein. 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 Nicht in die Mine rennen. Nein. 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 Böse. Böse. Komm. 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 Hier hoch. Nein. Schaf. Komm. Sonst wird's doch. Warte mal. Ein anderes Schaf. Anderes Schaf. Pass auf. Oh. Maxis. Schaf. Oder? Oh. Dieses böse Typ. So. Äh. Ja. Komm. Komm. Willst du hier? Ähm. Dann bräuchte ich den kleinen Stall. Ja. Der anderen Schaf. Warte mal. Hier ist ein Huhn. Warte mal. Eine Sekunde. Ähm. So. Jetzt habe ich die Quest auch dran. So. Und. Äh. Komm kurz mit. Au. Au. Böse. Jetzt habe ich die Quest komplett. Ja. Komm kurz mit. Hier. Ähm. Warte. Komm. Ja. Komm kurz mit. Äh. Hier. Gib ich dir. Nicht ein neues Haus. Keine Ahnung. Wo du herkommst jetzt. Äh. Mr. Oder Mr. Schaf. Komm her. Äh. Der macht dir nichts. Alles gut. Äh. Der macht nichts. Ähm. Okay. Einfach hier mitkommen. Äh. Irgendwie rein. Äh. So. But, 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 und, äh. Warte. Ich brauche hier kurz einen Käfig. So. 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 Nein. Nichts rausnehmen. Nichts rausnehmen. Böse. Komm her. Nein, 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 nein. Komm her. Warte mal. Ist jetzt was rausgenommen? Komm her. Komm her. Put, 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 put. Ah. Warte mal. Kannst du hier so einen Käfig bauen? Oder was machst du hier? Hast du so ein Bambus-Dings? Alles willst du machen? Hey. Komm her rein. Ich glaube, das ist ein bisschen verspielt hier. So. Komm her. Äh. So. So. Oh. Was machst du? Wo schaust du in den Chess? Ähm. Komm her rein. Äh. Ja. Put, 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 put. Warte mal. Ich muss kurz den Ausgang zubauen, sonst rät das hier noch aus. Äh. So. Äh. Ja. Das ist ein bisschen verpackt. Äh. Dings. Ähm. So. Äh. Bambam. Äh. Wie soll ich das machen? So. 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 Ne, warte gleich umgekehrt. So geht das. So. 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 Äh. So. Put, 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 put. Wo sind die jetzt hier hin? Ah. Hier ist. Okay. Ich brauche irgendwie, äh. Was lockt an? Ich glaube funkelnde Sachen. Funkeln. Was funkelt? Ähm. Funkeln, funkeln, äh. Funkeln. Gold vielleicht? Ein Gold. Äh. Scharf hier. Schau mal. Ein Gold. Put, 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 put. Wo ist denn wieder hin? Oh. Schau ganz dichter an. Schau mal hier ein Gold. Schau mal. Oh. Ein Gold. Oh. Ja. Schau. Ein Gold. Ein Gold. Ja. 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 Na. Scharf. Du. Ich glaube es ist scharf. Du bist echt ein großes Gehege. Okay. Dann brauche ich dir ein großes Gehege. Okay. Ähm. So. Ich muss unbedingt. Deminigst hier irgendwie oben das einnissen oder so. Oder irgendwie. Ich weiß es selber nicht. Ähm. So. Oh. Okay. Jetzt bist du selber drin. Okay. Ich brauche ja demnächst ein größeres Ressortwander. Ich kann hier noch Dirt reingeben. Sekunde. So. Ähm. Äh. Äh. Ja. Bleib hier drinnen. Ich kann hier kurz Dirt reingeben. Dass du irgendwie auch Gras hast zum Essen hier. Ähm. So. So. Äh. Hallo hier. So. Bam. 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 Und. So. Äh. Ja. Hier ist so ein bisschen Erde. Das ist so. Ja. Scharf. Ist sehr gut. Wolle. Ja. Äh. Ja. Hier kannst du einfach im Haus drinnen bleiben. Hier. Ähm. Ist noch ein bisschen Gras hier. So. Und so. Hier ist ein bisschen Erde. Ähm. Ja. Hier kannst du dich einfach reinnisten. Einfach nicht wegreddern. Äh. So. Ähm. Und da haben wir jetzt. Wann mal. Ich glaube das ist jetzt mein Begleiter sozusagen. Ich kann das schaff. Ähm. Ähm. Also bist du raus. Aber. Ich weiß nicht. Ähm. Ähm. Ja. Ich. 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 Keine Angst. Äh. Ja. Anscheinend. Ich. Ich glaube ich kann jetzt die Dings jetzt irgendwie. Äh. Ähm. Abschließen. Begleiter. Complete habe ich die jetzt. Complete. Okay. Jetzt habe ich die bekommen. Begleiter kann ich denke ich abschließen. Äh. Detect. Submit. Äh. Detect. Äh. Detect. Detect. Jetzt. Submit. Claim. Und. Äh. Oh lol. Okay. Jetzt haben wir schon zwei Boxen hier. Ähm. Genau. Ähm. So. Jetzt kann ich wieder in meine Wallet das ganze Geld hier tun. Jetzt haben wir schon wieder 150. Apropos Geld. Ich habe ihn vergessen noch. Habt ihr geschrieben. Ähm. In der vorigen Folge haben wir nämlich. Ich glaube 10 Chunks haben wir. Seit 2 Chunks können wir upgrade. Seit 2 können wir bauen. Ich weiß nicht welche Chunks genau. Aber ich glaube ich brauche hier ein Ding. Das ist erstmal hier. Und. Irgendwie. Äh. Hier denke ich. Ich denke das sollte passen. Ähm. So irgendwie. Dass meine Main Area mal geclaimed ist. Mein Turm ist zwar immer noch geclaimed. Aber keine Angst Leute. Das passiert irgendwann. Ja. Was ist denn hier kannst du raus. Äh. Ja genau. Aber halt. Nur halt nicht raus. Warte mal. Ich habe eine Idee. Schöne ich mal was. So. 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 Können wir in die Kommentare schreiben wie ich das schaffen. Nennen soll. Äh. So. Und. Äh. So. 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 Und. Bam. Soll das eigentlich funktionieren? Oh nein. Hä? Sieht gar nicht so die Ebel mehr zu hören. Oh. Äh. Alles klar. Ähm. Gleich brauche ich einfach so eine Pressure Plate hier. So. Bam. 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 Und hier auch eine Pressure Plate. Ah. Pressure Plate. Ja. Sieht einfach hier oben. Okay. So. 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 Und hier auch eine Pressure Plate. Okay. Pressure Plate. Ich baue vielleicht nur auf einer Seite eine Pressure Plate. Okay. Äh. Das soll jetzt irgendwie passen hier. Dann gebe ich das noch zu Blöcke hier dazu. So. Äh. So. So. Und ein Hebel hier. So. Und die Tür. Keine Ahnung. Kann ich auch hier irgendwie dazugeben. Äh. Okay. Hier sind zwei verschiedene Türen. Okay. Äh. So. Was habe ich noch gekommen? Hier ein schicken Ding. Das kann ich hier noch dazugeben. Fällt gerade auf. Ich habe hier noch zwei. Gell. Hier ist noch ein Dirt. Äh. Ja. Gold. Ja. Hier kannst du Gold reingeben. Alles klar. Ja. Äh. So. Genau. Hier habe ich noch eine Box. Gebe ich alles mal hier rein. Ich glaube. Ich mache demnächst hier irgendwie richtig viel. Äh. Richtig Case Opening hier. Äh. Bam. So. 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 Und. Äh. Wolle hier auch noch. So. 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 Und fehlt. Dann brauche ich auch noch. Fehl. Dann muss ich auch noch hier irgendwo reingeben. Hier Mob Drops. Genau. So. Und. Äh. Hier kann ich das da noch reingeben. Und die Tür. Die kann ich da noch reingeben. So. Äh. Ja. Scharf. Ähm. Ich hoffe. Ich weiß jetzt immer noch nicht was der Magic Wand ist. Könnt auch in den Kommentaren schreiben was hier ein Magic Wand ist. Jetzt würde ich auch irgendwie sagen. Das war's. Äh. Wo ist ein Gold Block? Ja. Gold Block? Ja. Gold Block? Oh. Gold Block. Ja. Gold Block. Gut. 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 Okay. Ich gebe es wieder den. Hast du wieder Gold Block? Ja. Okay. Du stehst. Du stehst auf Gold. Du magst Gold. Okay. Könnt man in den Kommentaren schauen wie ich das irgendwie nennen soll. Das ist scharf. Das ist keine Baby scharf. Äh. Ja. Und. Äh. Unbedingt like. Da lasst du fürs Baby schauf. Wie einfach das zu mir gekommen ist. Ähm. Und nicht zu Tops oder so. Weil Tops kennt sich glaube ich gar nicht mit Tiernaß oder so. Äh. Wie gesagt. Lasst ein Like und ein Abo da hier. Und aktiviert die Glocke. Und abonniert mich unbedingt. Dass ihr mehr Apollo hier seht. Und. Ähm. Hier noch. Ähm. Das gute alte. Den guten alten Franzel Merch hier. Wie gesagt. Äh. Johannes330.shop. Und. Äh. Wie gesagt. Äh. Hier gibt es richtig coole. Ähm. Tiefen Franzel T-Shirts. In rot. In alle möglichen Farben hier. Äh. So wie die Hoodies hier in alle möglichen Farben. Ich habe sogar im Blau in der selbe zu Hause. Und ein T-Shirt dabei. Auch rot zu Hause. Äh. Habe ich auch vorhin Samstag gezeigt. Und. Äh. Ein Video. Und. Ähm. Ja. Da würde ich sagen. Ähm. Es. Äh. Ich hoffe. Euch hat die Folge hier gefallen. Von meinem Follow. Wie gesagt. Abonniert mich. Äh. Aktiviert die Glocke. Und würde ich sagen. Äh. Kommentiert noch. Wie ihr das. Äh. Welchen Namen ich in Scharf geben soll. Und lasst ein Like und ein Abo da. Und. Ciao. Ciao.